Vielen Kindern nicht nur die Zukunft, sondern auch das Leben genommen. Nach nur acht Jahren war das Leben von Leo beendet. Ein Eritreer stieß ihn vor einen ICE. Mia aus Kandel wurde 14 Jahre alt, getötet von einem Afghanen mit einem Brotmesser. Julia, 9 aus Dessau, spielte mit ihrem Teddy, als sie von einem geduldeten Afrikaner vergewaltigt wurde. Dafür trägt die CDU mit Verantwortung und sie tragen auch mit Verantwortung dafür, dass unzählige Eltern heute nicht mehr am Leben sind, die ihre Kinder gerne noch betreut, versorgt und geliebt hätten, meine Damen und Herren.